Bei uns ist Ski-Freestylerin Sabrina Csakmakli von DSV. Herzlichen Glückwunsch zur Qualifikation für die Olympischen Spiele. Wann reist du nach Sochi? Ich werde wahrscheinlich am Freitag schon fliegen. Das stellt sich eigentlich jetzt heute heraus, weil mein Event ist ziemlich spät. Wenn wir, bevor wir nach Sochi blicken, nochmal zurückgucken auf die Weltcups, die du bestritten hast in dieser Saison in Coppa Mountain, Calgary und Breckenridge. Wie fällt dein Fazit da aus, wenn du das nochmal Revue passieren lässt? Also in Coppa, das war eigentlich mein erster Halfpipe-Weltcup nach einer langen Pause, also nach einer langen Halfpipe-Pause, weil wir eben zwei Monate in Europa Slopestyle-Training hatten und ich eigentlich nie in der Halfpipe war. Dementsprechend war dann das Ergebnis leider auch nicht so gut. Ich war aber dann in Amerika und konnte da zwei Wochen in der Halfpipe trainieren und bin dann nach Calgary, nach Kanada geflogen. Und da war es natürlich dann super für mich, konnte dann quasi meine nationale Qualifikation reinfahren. Ja, und Breckenridge war auch noch gut, es war ein guter Abschluss und ja, es hat sich auf jeden Fall gesteigert. Das heißt, du fährst wohl präpariert nach Russland. Wie sehen die Tage bis zum Wettkampf bei euch denn dann noch in Russland aus? Gibt es da schon ein Programm? Wie werdet ihr die unmittelbare Wettkampfvorbereitung dann bestreiten? Also ich denke, wir haben vor dem Wettkampf noch zwei, drei Tage Training, ganz normal wie bei jedem Weltcup. Und ja, da wird dann einfach trainiert nochmal, geschaut. Also man gewöhnt sich dann quasi an die Pipe und an alles und dann müsste das schon funktionieren. Wie sieht das aus in deinem persönlichen Umfeld? Reisen auch Freunde oder Familie mit nach Russland? Meine Familie wollte eigentlich mitfliegen, aber durch die ganzen Unruhen im Moment werden sie wahrscheinlich nicht mitkommen. Persönlich gelingt das aber, den Sport im Fokus zu halten oder machst du dir da schon Gedanken über die Situation? Ich mache mir schon Gedanken. Es ist auf jeden Fall, ja man denkt auf jeden Fall darüber nach, aber ich denke, dass die Sicherheit so gut sein wird, dass alles gut gehen wird. Ansonsten, wie fällt deine Einschätzung aus, Olympiateilnahme, also mir geht es nicht um konkrete Ergebnisvorstellungen, das wäre ja Mumpitz, aber nimmst du das schon auch als persönliches Karriere-Highlight wahr, dort hinzufahren? Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, eigentlich habe ich nicht erwartet, dass ich dort hinfahre, es war wirklich ziemlich überraschend bei mir und jetzt freue ich mich natürlich und werde mein Bestes geben und ja, mal schauen, dass dann dabei rauskommt. Nimmst du sowas wie ein Maskottchen mit oder ist da überhaupt kein Aberglaube vorhanden? Vielleicht, mal schauen.